Ein Tiger Der Tiger schlechthin 1912 von Franz Marc gemalt Die Quadratform des Bildes, knapp ein Quadratmeter, steigert Spannung und Intensität. Das geschmeidige, glatte der Raubkatze ist in flächig erscheinendes kristallines Gefüge übersetzt. In die Sprödigkeit und Reinheit von Kristall. Der Blick trifft den Betrachter nicht. Van Goghs und Delaunays Bilder stärkten den Mut von Marc, verselbstständigende, leuchtende Farbklänge zu gebrauchen. Die Künstler der expressionistischen Generation, Marc ist 1880 in München geboren, sind in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg von drei Tatsachen bewegt. Aufbegehren gegen akademischen Grauen Trott, Suche nach übergreifendem, ganzheitlichem Lebenssinn und Internationalität. Das gute Europäertum liegt meinem Herzen näher, als das Deutschtum, schreibt Marc, nach Kriegsausbruch 1914. Marc entwickelte ein eigenes System der Komplimentärfarben. Der den Farben eigene Licht- und Leuchtwert steigert das Sinnhafte des Dargestellten. Blau ist das männliche Prinzip, herb und geistig. Gelb ist das weibliche Prinzip, sanft, heiter und sinnlich. Rot die Materie, schwer und brutal und stets die Farbe, die von den anderen Farben bekämpft werden muss. So Marc. Blaues Pferd I, 1911, ist ein Beispiel für diese neue Symbolsprache. Blau, in der Farbe des Inmateriellen, steht das junge, ungestüme Tier kräftig da. Mit Pathos, aber ganz unheldisch. Wir müssen Asketen werden, müssen tapfer fast auf alles verzichten, was uns als guten Mitteleuropäern bisher teuer und unentbehrlich war, schreibt Marc im selben Jahr. Vom Weißen zum Dunklen zu- und abnehmende Farbwerte übernehmen die Funktionen von Linien. Das Bild ist farbplastisch gebaut. Die Farbe atmet. Der Tiger beobachtet. Wach. Ganz und gar Kreatur. Reines Dasein. Fragende Psychologie ist nicht im Blick von des Waldes Hochtyrann, wie Goethe das Traubtier nennt. Wie sich Materie und Leben verbinden, das interessiert Marc. Die sprungbereite Spannung des Tieres ist in eine Ruhe gebracht, die mittelalterlichen Glasfenstern gleicht. Das hat Marc von dem Menschenmaler Hans von Marais gelernt. Je mehr Marc weiß, was er will, umso mehr verschwinden menschliche Figuren aus seinen Bildern. Bei aller Skepsis gegenüber dem zeitgenössischen Kulturbetrieb, Marc kennt keine Menschenverachtung. Er sucht eine neue Archäik, die vereinfachende Kunst Ozeaniens des alten Ägypten beeindruckt ihn. Er hat Überdruss an einem zu viel von Gedanklichen. Wenn Gottfried Ben gleichzeitig 1913 dichtet, Oh, dass wir unsere Ur-Urahnen wären, ein Klüppchen Schleim in einem warmen Moor, wird eine ähnliche Abwendung von organisierter Zivilisation deutlich. Die Bilder Marx haben nicht die angriffsfreudige Schärfe des Großstädters Ben. Sie betonen eine beseelte Innerlichkeit. Diese ist fern verquasten Tiefsins, weil die Tiere Marx als ein Fremdes da sind. Der Berliner Sammler Bernhard Köhler, hier von Marx' Freund August Macke gemalt, sichert durch regelmäßigen Ankauf von Bildern Marx' wirtschaftliche Existenz. Auch der Tiger gehört in seine Sammlung. Vor 50 Jahren kam er im Rahmen der Köhler-Stiftung in das Münchner Lehnbachhaus. Ausdruck der Künstlerfreundschaften, besonders mit Kandinsky, Kandinsky ist die im Jahr nach Gründung der Gruppe 1912 im Pipa-Verlag erscheinende Programmschrift »Der Blaue Reiter«. Der Titelholzschnitt ist von Kandinsky. Kandinsky ist auch der Maler dieser romantischen Landschaft. Er ist der Kopf der Gruppe. Marc zählt die Stunden bei ihm zu seinen denkwürdigsten Erfahrungen. Kandinsky und der Komponist und Maler Arnold Schönberg stehen im Gedankenaustausch über die Ziele der Gruppe »Blaue Reiter«, die jenseits des zeitgenössischen Akademismus die bisherigen Grenzen des künstlerischen Ausdrucksvermögen zu erweitern sucht. Ein Beispiel dafür ist Marks Bild »Reh im Klostergarten«. Mithilfe kaum gebrochener Farben, grün, rot, gelb, erschafft Marc aus einer realistischen Szene eine prismatische, linear gegliederte Flächenordnung. Reh und Klostergarten vereinen sich zu einem komplexen Richtungs- und Farbgerüst. Die Bildstruktur liefert eine eigene Kunstwirklichkeit außerhalb des Naturerlebens. Kein herziges Tier zum Anfassen, das in Unschuld vor dem Sündenfall fern von Menschen lebt. Die sichtbare Gelassenheit schließt jenen Blutrausch nicht aus, der die von Rubens von Delacroix gemalten Raubkatzen ihre Opfer reißen lässt. Reh im Walde II, 1912 gemalt. Unter Einfluss von Picasso und Brack sind die Bildelemente Laub, Stamm, Boden, flächig vernetzt. Das Reh ist integrierter Elementarteil des Waldes. Mark wendet sich gegen die Konvention, simpel abbildend Tiere in eine Landschaft zu setzen, die, wie er sagt, unseren Augen zugehört, statt uns in die Seele des Tieres zu versenken, um dessen Bilderkreis zu erraten. Mark verniedlicht nicht. Seine Tiere haben ihre Qual, ihre Schicksale. Sie sind ihnen ausgeliefert. Uns Menschen lehren diese stillen Tiere, was wir nicht mehr sind, Kraft unserer Bestimmung auch nicht sein können. Mark malt eine umgekehrte franziskanische Welt. Liest der Große, Heilige, predigend Tiere am Erlösungswerk teilnehmen, versucht der Maler, mit den Bildern seines menschenleeren Tierreichs Symbole zu schaffen, die auf die Altäre der kommenden geistigen Religionen gehören. Das Bild »Kühe in Gelb, Rot, Grün« 1912 zeigt die kräftigen Tiere einem harmonischen Rhythmus unterworfen. Auf der Suche nach der Seele dieser Tiere hebt Mark das herkömmliche Verständnis von Raum auf und löst sich von jeglicher Abhängigkeit zwischen Farbe und Objekt. Menschenferne schließt Menschen nicht aus. Der Tiger fühlt sich mehr als aufgescheucht. Er ist bedroht. Diese Bedrohung, unbestimmt und unaufhebbar verhängnisvoll, offenbart ein tragisches Weltbewusstsein, das sich unmittelbar dem Betrachter mitteilen soll. Vögel, 1914, ist eines der letzten Bilder Marx, bevor er sich freiwillig zum Kriegsdienst meldete. Was bewegt diesen sinnlichen Mann, der Tiere zu seinem bevorzugten Kunstobjekt machte, da diese nicht die opportunistischen Charakterschwächen von uns Menschen teilen, dazu in den Krieg zu ziehen? Wir werden es nicht erfahren. Der Krieg verschlingt auch ihn. 1916, vor Verdun. Doch seine Bilder bleiben Dokumente einer Sehnsucht, die Natur und Mensch befrieden will. Diese Botschaft ist unverbraucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017